Hi, wir sind das Team Entrepreneurs von der Hardware Sprengasse und wir haben letztes Jahr bei der Shape the Future Challenge mitgemacht von den Mutterpirates. Dabei haben wir eine günstige Intelligenz entwickelt, die zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr führen kann. Um unsere Idee umzusetzen, hatten wir die Hilfe von Mentorinnen und Mentoren, die uns dabei geholfen haben, das meiste aus unserer Idee rauszuholen. Außerdem haben wir auch Coaching bekommen, um unser Projekt am Ende bestmöglich zu pitchen. Am Ende konnten wir uns gegen 2.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen durchsetzen und den Tritt in Silicon Valley gewinnen. Dabei konnten wir von Expertinnen und Experten sowie Entrepreneurs viel lernen und mitnehmen. Die Shape the Future Challenge findet auch heuer Widerschaft und wir können uns wirklich nur allen empfehlen, weil es sind wichtige Themen und es macht wahnsinnig viel Spaß, das, was wir als Theoriekernern auch einmal wirklich anwenden zu können.